Die Dämmerwacht Die Dämmerwacht Zurück ins Leben gerufen haben Vampirjäger oder so In der alten Festung in der Nähe von Riftron Ist vielleicht sogar etwas für mich Halli, hallo Begonnte Dämmerwacht So Der Bio hat zwar gesagt Oder geschrieben Er macht einen Livestream Wir warten Mache ich halt noch ein paar Videos Wir sind In Winterfeste Ich musste mal schlafen Essen, trinken Auf gedacht Na ja, gehen wir mal fragen Wie es da ausschaut Für den Eintritt in die Magier Akademie Ähm Ich konnte den Zauber Von der da kaufen Feuerblitz Musste ich diesen machen Und jetzt sagt sie Ich darf hinein Dankeschön An den Mauern der Akademie Ist viel Wissen angehäuft Jetzt habe ich noch kein Mod hier drauf Jetzt schauen wir die Winterfeste einmal an Ohne aufgepimpten Mod Und Dann werde ich Den Supergeilen Coolen Finde ich Schönen Mod Einmal installieren Und Dann laufe ich nochmal Durch Die Akademie ist eine grosse Bereicherung für Himmelsrand Selbst wenn sie nicht beachtet oder wertgeschätzt wird Ja Lauf jetzt Fahr all da Und dann laufe ich nochmals durch Wenn ich den Aufgepimpten Mod Drinnen habe Ich glaube dann ist dann Auch da die Mauer repariert Da die Brücke Hier Die sollte dann auch repariert sein Die Mauer wieder Schön zu Und im Innenhof hat es dann Jens Ja Was soll ich sagen Bäumchen Gebüsche Pilzchen All Und dann Stände Lauf jetzt Ich muss da helfen Ich muss da helfen Ich muss da helfen Oh ja Ja Mann Eben Da kommt man hier rein Jetzt hat es da nur so Tannenbäumchen Tannenbäumchen Links und rechts Nachher sind die weg Da hat es da schöne Stände Und Ich glaube so Tische etc Los geht's Und alles ist Bisschen schön Äh Okay Da geht es falsch Ich 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 Ey Ey Ich möchte euch informieren dass Au Dass die da nicht sterben kann Warum kämpft ihr? Warum kämpft ihr? Fennal, geh nach Hause. Ja, ich glaube, da muss ich noch mal weg. Oder ich muss alleine hierher kommen. Das kann ja zwar noch ganz lustig werden, wenn die da die ganze Zeit rumpöbeln. Solange es mir nichts macht. Mirabelle. Erdbärchen. Ja, komm, red mit mir. Schnell, schnell. Ja, komm. Sehr schön, bitte folgt mir und bleibt nicht zurück. Ja, komm, 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 schnell rein. Die können da hier draussen noch ein bisschen weiter. Lauf! Lauf schon! Du Waldbäre. Woher seid ihr gekommen? Scheisse. Ich will nicht sterben. Ihr dumm Dödel. Ich glaube, wir gehen als erstes hier irgendwie, ähm, 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 kann ich da schlafen gehen? Kommst du? Warum bin ich so langsam? Was ist denn los? Hab ich schon wieder Hunger? Und wann ist das? Kacke. Papier. Ähm. Ähm. Milch. Warum nimmt mein Leben ab? Hab ich was angestellt? Ist was irgendwie falsch? Kälte frieren. Na, dann gehen wir doch schnell rein. Kommst du? Olle. Zicke. Hallo. Wenn ihr an einem Experiment arbeitet, räumt bitte hinter euch auf. Ich komme. Ich komme. Ach komm doch jetzt. Ich verfriere. Ich geh mal rein. Ich geh mal rein. Ich geh mal einfach rein. Ich wärme mich auf. Ich schlaufe in mein Bettchen. Das war gar nichts. ACH KOMMT JETZT! 7 Stunden? Das sollte reichen. Dann hab ich wieder Hunger. Die hört nicht. Oh, die kommt. Die können das nicht mit mir ausnehmen. Ich hätte die nicht mitnehmen sollen. Schaut so aus. Alles meins. Meeeeeeeeeegge! Ihr werdet noch heute sterben. In etwa so seh ich aus. Ich werde euch töten. Alles schon meins. Gut. Wunderbar. Ach komm jetzt da. Siehst du aus. Braucht da noch Ziele. Ich nehm einfach alles mit. Fertig. Fertig, Schluss. Er wird nicht lang gehen. Macht. Was ist das? Zuber. Kleiderschrank. So. Ich gebe euch Deckung. Nein, jetzt lass mich in Ruhe, du. Ich folge. Keine Zeit. Nix, da ist nix. Ich schätze, die Luft ist rein. Die Luft ist rein, ja. Jetzt muss ich, glaube ich, nach oben gehen. Und dann... Warum ist da? Okay, 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 okay. Nix stehlen. Nix stehlen. Okay, weg du. Ähm, rauf. Und du, bleib ein bisschen freundlich. Warum hat die angefangen? Was soll das? Keine Ahnung. Mir ist nix aufgefallen. Die hat einfach angefangen zu... Nein. Nein. Hier. Ich habe einen Perk drauf. Äh, ein Mod drauf. Dass alle Bücher einen Punkt geben. Nicht nur die paar, wo so rum liegen. Sondern eigentlich jedes. Und wenns den... Mond schon gibt, warum soll man ihn nicht nehmen? ich probiere einfach jeden Mod aus. Ich nehme auf jeden brauchbaren Hinweis oder jede brauchbare Hilfe, vor allem am Anfang jetzt ist es einfach schon ein bisschen seltsam, dass ich schon wieviel mal, dreimal gestartet bin. Wow! Die Hinsetzerei, die macht mich noch fertig. Wie würde da ein Arbeitskollege sagen? Scheissetrek, nicht sitze! Ah, 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 so, den wollen wir. Da, 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 das nehmen wir mal alles mit, alles meins, 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 meins. hier ist locker die einstellung der akademie auch ist so gibt es doch einige dinge die ich habe euch ein rat geben ja es gibt ein beispiel keine gut und was die forschung betrifft mehrere experimente lebende testobjekte braucht es ist einfach geschäft ihr habt geld was hast du sehen wir es uns doch einfach mal an zeig mal was hast du so soll ich schon könnte ich schon müsste ich wollte ich bringt das was ja schon aber ich kann das noch nicht anziehen oder kann ich das doch ich bin ja erst mal vize nee brauchen wir nicht okay todesglocken die gibt es zwar genügend zur genüge einkaufen auf meine art ich frage da nicht lang ich gucke da nicht lang ich nehme einfach alles da kann man noch nix brauchen ich kann noch nicht verzaubern also brauche ich da nichts bis zum nächsten mal ja nächstes mal kommt bald wieder ich muss noch auf die andere seite gehen wir oben raus und dann gehen wir drüben rein jetzt wartet die rolle mirappel immer noch unten dann machen wir das später mit der schabrake jetzt gehen wir den raum für alchemie zeugs räumen schauen wir uns in jedem raum um was wir damit wählen können fangen wir hier an nix da hunger so wunderbar da gibt es nix doch immer das schwer zücken nee 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 Geld nee auch nicht weiter steh nicht rum oder wenigstens einen Meter weiter hinten immer im Türarm so das wird wieder aufgefüllt in ein paar Stunden und dann kann man doch immer alles schön nehmen wunderbar so wunderbar da gibt es noch den verzauberungsraum habe ich den verpasst nicht nicht wieder hinsetzen so besen egal nehmen wir mal mit den nicht nehmen der sucht tolftier den bringst dann bringst du den dem tolftier zurück und eine halbe stunde später hat er ihn schon wieder verlegt der alte senile blöde bock du bist dann nachher stundenlang beschäftigt mit dem scheiss destillier kolben ihm zu bringen zu öffnen nehmen zu beim nächsten mal sind da wieder schöne steinchen drin ahm noch hier könnte noch einkaufen bei denen meine punkte ein bisschen auffüllen zauber lernen der hat nutzlose unterhaltungen liegen mir nicht aber vielleicht benötigt ihr hilfe bei beschwörung techniken benötigt zeigt und führt eure beschwörungen bitte nur auf dem gelände der akademie durch die leute sollen nicht auch noch durch adronachen in aufruhe versetzt werden und durch die stadt streifen das beschwören von untoten ist außerhalb der akademie noch weniger ratsam werft einen blick darauf möchtest du geschäfte machen oder nur blöd dumm rumlabern ähm ich suche hauptsächlich äh einen der hast du den nicht wann bist du doof da hat auch einige ok dann habe ich noch einen mod drin wo ich 400 zauber sprüche mehr zur verfügung habe dankeschön bis zum nächsten mal beschwörungs magie kannst du mir noch was lernen es gibt nur ich bringe euch etwas von meinem wissen bei aber seid vorsichtig das ist aber wirklich nett gibt es da noch was? hallo hallo hab nichts gemacht cool salz nicht schlecht nein geld kommt jetzt da live stream kommt er jetzt? kommt er nicht? mail weiter da bin ich reingekommen hallo? wenn ihr mich nun entschuldigen würdet? ja ich entschuldige oh das ist jetzt wirklich das wertvollste das Essen man soll sich nicht täuschen lassen das ist dasselbe tisch ohhhh wie drüben gleichgedeckt aber hier die Pisten sind ein bisschen anders die Pisten sind ein bisschen anders die denken eigentlich wir merken das nicht so ok hab ich alles war da nicht noch jemand ähm hier geht es dann in den speziellen Kellern die Müllgrube da gibt es dann auch noch irgendeinen tollen geheimen Ort mit Witz der mit den Ringen dann ach komm jetzt fangen nicht schon wieder an 6 Äpfel ich dachte ich hätte ich hätte ok ich habe mich entschieden wir machen ich kann mich hier noch sterben eigentlich hallo bin immer noch da ein bisschen schuld nein die Gaggler was ist hier die Rolle der Leistung da waren wir drin wenn wir mit der Führung über das Gelände fertig sind können wir reden ja dann dann geh doch schon mal vor du eigentlich bin ich schon lang bereit wenn wir mit der Führung über das Gelände fassen ja klar Dankeschön finde ich wirklich super